Der Kapitän ist wieder zurück, Benedikt Töwild ist zum ersten Mal wieder auf Schalke trainiert und die zweite gute Nachricht des Tages für Sascha, Rita und Co. Bei Koke wird es vielleicht nur vier statt der befürchteten sechs Monate dauern. Koke ist nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein super Typ und ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurückkommt, die ganze Mannschaft hofft es, weil wir brauchen jeden Spieler an Bord. Koke ein guter Typ, ein besonderer auf jeden Fall, denn er schaffte es innerhalb weniger Tage, sich zu integrieren. War ganz komisch. Er hat eigentlich gar nicht lange gebraucht, bis er da im Team drin war. Er ist sofort auf jeden zugegangen, obwohl dann natürlich eine Sprachbarriere war, aber trotzdem hat er sich da versucht einzufügen. Was umso leichter fiel, weil Sascha, Rita, einer ist, der Sprachbarrieren beiseite räumt. Woher kann er eigentlich so gut Spanisch? Ja, ich habe damals in der Schule Spanisch gelernt, hatte fünf Jahre Spanisch und in den letzten 15 Jahren, da kommt einem natürlich der ein oder andere Brasilianer, Spanier oder Portugieser über den Weg und da musste ich in den Mannschaften immer übersetzen und hat den Spielern immer geholfen. Und ich bin auch gleich auf Koke zugegangen und habe gesagt, ich kann ein bisschen Spanisch, wenn du irgendwelche Fragen hast oder wenn ich dir irgendwie helfen kann, auf dem Platz oder außerhalb des Platzes, dann kannst du immer zu mir kommen, bist du herzlich willkommen. Und das hat er dann auch gemacht. Wir haben da immer geredet, gut auf Spanisch und er hat sich da richtig gut eingefügt und deshalb wünschen wir ihm alles Gute.